Ich bin ja eigentlich auf Empfehlung meiner Tochter hier, die total begeistert ist und sie ist rundum versorgt worden, sieht mit den Zähnen aus wie eine Filmdiva und deswegen möchte ich auch so schön werden. Die Behandlung ist natürlich sehr, sehr freundlich, sehr viele nette junge Damen sind hier und Ärzte habe ich allerdings erst ein paar kennengelernt. Für mich ist Dentaprime ein richtiger Gesundheitstempel.